Ich bin Stadtfacher Stefan Buß aus Fulda. Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten drei Töchter. Von der ältesten sagte man, die ist sehr klug. Von der zweiten meinten alle, seht, wie sie so fleißig ist. Von der dritten sagte man, sie ist so freundlich und sie kann so wunderbar lachen. Eines Tages sagte die königliche Mutter zu ihren Töchtern, es sei an der Zeit, dass sie das Haus verlassen und die Welt kennenlernen. Und sie legte jeder eine Tasche über die Schulter, die war prall gefüllt. Und die Mutter sagte, das ist eure Wegzehrung. Ich habe jedem von euch einen großen Anteil meiner Zeit geschenkt. Geht also sorgsam damit um. Und so machten sich die drei Töchter auf den Weg. Die erste, die klug, war noch nicht weit gegangen. Da hatte sie schon eine große Berechnung angestellt, wie sie ihre Zeit möglichst gewinnbringend anlegen könnte. Gönn uns ein kleines bisschen von deiner Zeit, wisperten die Blumen am Wegesrand. Die Kluge sagte aber, wo denkt ihr hin? Zeit ist Geld und das wirft man nicht einfach auf die Straße. Die zweite, die Fleißige, hatte schon bald eine Beschäftigung entdeckt und arbeitete hastig, denn sie wollte die Zeit ausnutzen. Da kam ein Kind des Weges und fragte, spielst du mit mir? Jetzt sagte die Fleißige, jetzt nicht, ich habe keine Zeit. Ich muss heute schon die Arbeit von morgen machen. Ja, spielst du dann morgen mit mir? Nein, da muss ich die Arbeit von übermorgen machen. Die dritte Tochter aber kam nicht weit, nur bis zu einer Bank am Ententeich. Da saßen ein paar alte Leute und schwiegen sich an, denn sie hatten sich schon alles erzählt und etwas Neues fiel ihnen nicht mehr ein. Hast du ein bisschen Zeit? Komm, setz dich zu uns und erzähl uns. Aber sicher, sagte die Königstochter mit dem lachenden Gesicht, ich habe viel Zeit geschenkt bekommen, davon kann ich euch abgeben. Und sie fing an, ihnen zu erzählen und schenkte ihnen von ihrer Zeit. Nach einem Jahr hatte die Mutter gesagt, kommt ihr noch einmal zurück und erzählt, wie es euch ergangen ist. Nach einem Jahr schickte die Älteste ein teures Blumengebinde mit einem Gruß. Liebe Eltern, habt Dank, aber ich kann euch jetzt nicht besuchen. Es wäre unklug, den weiten Weg zu machen, denn die Zeit ist viel zu kostbar. Die zweite kam in allerhöchster Eile und sie erzählte von der vielen Arbeit, die nun liegen bleiben musste und war in ihrem Herzen längst schon wieder abgereist. Die dritte aber kam etwas zu spät, denn sie hatte unterwegs Blumen gepflückt, die sie der Mutter mitbringen wollte. Hast du denn so viel Zeit übrig? Fragte die Mutter. Aber sicher, sagte die Tochter. Du hast mir ja gar nichts verraten, dass die Tasche sich immer wieder füllt. Je mehr Zeit ich verschenkt habe, desto mehr fand ich darin und hat sich die Tasche wieder neu gefüllt. Da antwortete ihr die Mutter, du bist die Einzige, die das Geheimnis der geschenkten Zeit erfahren hat. Auch uns ist die Zeit geschenkt. Und uns geht es auch oft im Alltag wie den beiden ersten Töchtern. Man meint, die Zeit ist zu schnell vergeben. Zeit ist Geld. Wir meinen, wir müssen heute schon das für morgen tun. Aber einfach im Hier und Jetzt sein und die Zeit mit anderen teilen. Die dritte Tochter hat uns das gelehrt. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir heute auch von unserer geschenkten Zeit leben können. Osthessen News Sehen, was bewegt Ich wünsche Ihnen, werdet ihr uns denmorgen an roaming rum. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, werdet ihr euch alle birиной übernehmen.